Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Jugendliche, lassen Sie mich mit einer kurzen Vorbemerkung beginnen. Danken möchte ich der Stadt, die diesen Vortrag ermöglicht hat. Danken möchte ich vor allem auch der Stadtarchivarin Martina Zech für ihre Hilfestellungen. Im Übrigen wird sie auch gleich die Zitate sprechen. Doch nun zum Thema. Wesseling im Zweiten Weltkrieg. Warum? Warum sollen wir uns heute noch mit dem Zweiten Weltkrieg befassen? 75 Jahre liegt das Ende zurück. Kaum einer der heute noch Lebenden kann sich daran erinnern. Haben wir nicht andere Sorgen, die uns drücken? Corona etwa? Doch machen Sie sich selbst ein Bild. Vielleicht halten Sie dann eine Beschäftigung mit diesem Krieg für sinnvoll. Sehen Sie, wie durch Falschmeldungen, Fake News würden wir heute sagen, eine enorme Einschränkung des Lebens, ein Lockdown beginnt. Er endet in einer unglaublichen Katastrophe. Sehen Sie, wie aus Überheblichkeit und einer menschenverachtenden Politik das eigene Volk ins Unglück gestürzt wird. Der Beginn des Krieges oder Fake News übelster Art. Schon der Beginn des Krieges lässt aufhorchen. Am 1. September 1939 tönte Hitler im Großdeutschen Rundfunk, Zitat, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Denken wir daran, dass der Rundfunk zu dieser Zeit das einzige öffentliche Kommunikationsmittel war. Fernsehen, Internet und Smartphone gab es noch nicht. Gemannt hörten die Menschen den Worten ihres Führers zu. Viele meinten, das war richtig, wir müssen uns wehren. Und Deutschland hat das Recht, zumindest Europa, wenn nicht die ganze Welt, zu beherrschen. Doch wie vieles bei den Nationalsozialisten, die Begründung für die Entfesselung des Krieges war Propaganda übelster Art. Fake News, würden wir sagen. Bei dem Zurückgeschossen bezog sich Hitler auf mehrere bewusst von der SS verübte Aktionen wie den Überfall auf den Sender Gleiwitz. Dieser wurde den Polen in die Schuhe geschoben. In Wirklichkeit waren es Angehörige der SS, die in polnischen Uniformen den Sender überfallen hatten. Doch solange die deutschen Truppen siegreich in alle Himmelsrichtungen vordrangen, vor allem nach Osten gegen Polen und nach Westen gegen die Benelux-Staaten und Frankreich fragte kaum einer nach den Folgen des Krieges. Was schrieb der Chronist der Keldinischer Schule, der nicht zu den begeisterten Anhängern Hitlers zählte? Er titelte zum Kriegsanfang in großer Zeit. Der Sieg über Frankreich 1940 wurde in Wesseling mit einem großen Umzug gefeiert. In Fünferreihen standen die Menschen und jubelten Sieg Heil. Und noch ein Beispiel für großspurige Versprechen aus den ersten beiden Kriegsjahren. Zur Beruhigung der Bevölkerung hatte der Reichsluftfahrtminister Hermann Göring stolz verkündet, Zitat, wenn auch nur ein feindliches Flugzeug unser Reichsgebiet überfliegt, will ich Meier heißen. Ein erster Fliegerangriff erfolgte schon am 15. 16. Mai 1940 auf Gut Eichholz. Am 7. November 1941 zählte man bereits die 44. Bombe. Noch beeindruckender ist die Auflistung der Leiden der Zivilbevölkerung Wesselings im Juni, Juli 1940, die durch Zufall erhalten blieb. Fast jede Nacht dröhnten die Sirenen. Luftschutzalarm. Raus aus den Betten, das Notwendigste mitgenommen. Flucht in die Luftschutzkeller. Dann die ersten Zerstörungen, die ersten Opfer. Häuser an der Ringstraße. Sie standen an der Stelle, an der heute der Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße liegt. Seine Habseligkeiten oder das, was noch davon übrig geblieben ist, sammelt ein Mann aus den Trümmern in einem kleinen Leiterwagen. Das mag genügen, auch wenn es schon zahllose weitere Bombenangriffe in den ersten beiden Kriegsjahren gab. Der Lockdown beginnt. Lebensmittelknappheit. Doch war das erst der Beginn. Bald spürte jeder, was Krieg heißt. Und nicht nur wegen der Luftangriffe. Das Leben wurde zurückgefahren. Um modern zu sprechen, der Lockdown fing an. Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln begannen. Wir können sie uns heute bei unserem Leben im Überfluss kaum vorstellen. Selbst die Grundnahrungsmittel wurden gekürzt. Seit dem 1. September 1939 gab es im ganzen Deutschen Reich Fett, Fleisch, Butter, Milch, Käse, Zucker und Marmelade nur noch auf Lebensmittelkarten. 125 Gramm Butter für eine Woche. Brot und Eier wurden am 25. September Textilien ab Mitte Oktober 1939 rationiert. Zu Opfersonntagen oder Eintopfsonntagen an jedem zweiten Sonntag im Monat wurde aufgerufen. Lebensmittelreserven sollten geschont. Die Opferbereitschaft des ganzen Volkes demonstriert werden. Von den sogenannten Blockwachten wurde kontrolliert, ob an diesem Tag wirklich nur eine Suppe gegessen wurde. Zum Tag der Wehrmacht gab es natürlich entsprechende Angebote. Doch trotz all dieser Maßnahmen, Lebensmittel blieben knapp. So propagierte man verstärkt Ersatzstoffe. Statt Bohnenkaffee gab es Muckefuck, ein Gebräu aus pflanzlichen Ersatzstoffen, zum Beispiel aus Malz oder Wurzeln der Wegwarte. Steckrüben traten an die Stelle von Kartoffeln. Statt Fleisch wurde zum Beispiel in Mehl geröstete saure Kartoffeln empfohlen. Immer wieder gab es Aufrufe, Schrott und Alttextilien zum Beispiel in der Reichsspinnstoffsammlung einzusammeln, um Rohstoffe zu sparen. Die Gier nach kriegswichtigen Rohstoffen machte selbst vor den Kirchenglocken nicht teil. In Wesseling, Kellenich, Berzdorf und Urfeld musste im April 1942 der größte Teil der Glocken abgeliefert werden. Nur eine Glocke durfte jede Pfarrei behalten. Immer öfter wurde zum Stromsparen aufgerufen, um die Rüstungsindustrie auszubauen. Alle Werke aus Wesseling hatten sich auf die Produktion kriegswichtiger Produkte umzustellen. Dann folgten noch massivere Einschränkungen. 1942 wurden Privatreisen mit dem Pkw und der Reichsbahn verboten. Verstöße ahndeten die Behörden mit Geldbußen, ja in schweren Fällen mit Haft in Konzentrationslagern. Wir klagen und jammern, wenn wir durch Corona bedingt nicht in Urlaub fahren können. Auch im Geldbeutel machte sich der Krieg bemerkbar. Auf die Einkommensteuer wurde ein Zuschlag von 50 Prozent erhoben. Die Gemeinden hatten ebenfalls die Kosten mit zu finanzieren. Alle freiwilligen Ausgaben wurden gestrichen, aber die Ausgaben für den Luftschutz erhöht. Zahlreiche Wesslinger wurden zum Kriegsdienst herangezogen. Durch die Einberufung von Millionen von Männern zum Kriegsdienst war der Arbeitskräftemangel groß. Verstärkt wurden auch Frauen jetzt zur Arbeit in Fabriken und so weiter herangezogen. Sie verdienten aber erheblich weniger. Verdiente ein männlicher Facharbeiter im Schnitt 80 Reisfennig pro Stunde, erhielt eine Frau mit der gleichen Qualifikation am gleichen Arbeitsplatz nur 52 Reisfennig. Auswirkungen auf die Schulen Und die Schulen? Gleich zu Beginn starke Beeinträchtigungen. Zahlreiche Lehrkräfte wurden zum Militär eingezogen. Vom 1. bis 18. September wurden die Volksschulen in Wessling und Kelde nicht geschlossen. Doch das war nicht alles. Auch weiterhin wurden sie immer wieder vom Militär belegt. Im Winter 1939-40 exerzierten Soldaten auf dem Schulhof. In Berzdorf wurde die Schule bis zum 20. November durch deutsche Truppen belegt. In Urfeld durch 400 Soldaten, sogar bis zum Januar 1940. Immer wieder ertönten die Luftschutzherien. Luftangriffe verenskickten. Kein Mensch fragte, welche Auswirkungen diese Schließungen auf die Kinder hatten. Der Unterricht selbst wurde auf den Krieg ausgerichtet. Im Erdkundeunterricht besprach man den Frontverlauf. Der Sportunterricht diente der Wehrertüchtigung. Immer stärker wurden die Schüler zu arbeiten herangezogen. So hatten sie Altmaterial zu sammeln oder auf den Gemüsefeldern zu arbeiten, wie hier im Mai 1940. Terror. Zur Lebensmittelknappheit, finanziellen Einbußen, Beeinträchtigung des privaten Lebens und Angst vor Tod und Elend durch Bombenangriffe kam Terror hinzu. Meinungsfreiheit gab es schon vor dem Krieg nicht. Die Gerichte waren ganz auf Hitlers Linie. Eine Wirtin aus Berzdorf hatte 1936 Hitler unter anderem einen krummen Lumpen genannt und sich geweigert, die Hakenkreuzflagge zu hissen. Sie wurde 1937 zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt. Erst recht war im Krieg jede Kritik verboten. Ja, wurde jetzt noch stärker verfolgt. Führte zur Terrorisierung, zur Vorladung vor die Gestapo, zur Inhaftierung, ja zur Einweisung in die Konzentrationslager. So wurden in Wesseling der Sozialdemokrat Johann Flach und der Kommunist Paul Fengler verschleppt und verstarben an den Folgen der Haft. Die Flachfengler Straße erinnert an sie. Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Noch schlimmer traf der Terror die jüdische Bevölkerung. Machen wir uns klar, das waren Deutsche jüdischen Glaubens. Im Ersten Weltkrieg hatten sie genauso ihr Leben an der Front eingesetzt, wie die Männer katholischen oder evangelischen Glaubens. Waren wegen Tapferkeit ausgezeichnet worden. Schon zu Friedenzeiten wurde die jüdische Bevölkerung von den Nationalsozialisten terrorisiert. Vor allem seit der Reichspogromnacht im November 1938 konnte sich auch in Wesseling kein Jude mehr sicher fühlen. Mindestens elf Wesslinger Juden mussten nach Köln zum Zweck der Ghettoisierung übersiedeln. Die anderen lebten in Wesseling unter erbärmlichen Umständen. 1940 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau eingerichtet. Weitere folgten. Kurz nach dem Beginn des Russland-Feldzuges am 22. Juni 1941 wurde ausdrücklich die vollständige Vernichtung der jüdischen Bevölkerung und am 31. Juli 1941 die sogenannte Endlösung angeordnet. Der Holocaust war beschlossene Sache. Dann begann für die jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen die von den Nationalsozialisten verharmlosend als Evakuierung bezeichnete Deportation in die Vernichtungslager. Viele wurden zunächst zu Zwangsarbeiten herangezogen. Tagsüber schuften, kaum essen, nachts schlafen, werfen sie einen Blick in eine Holzbaracke von Auschwitz. In den Fächern von vier Meter Breite mussten zehn bis zwölf Menschen schlafen. In einer Baracke waren tausend und mehr Menschen untergebracht. Die meisten aber wurden in den Gaskammern umgebracht. Wer es nicht glaubt, fahre nach Auschwitz. Ich weiß, wovon ich spreche. Zwanzig Jahre bin ich mit Abiturienten dorthin gefahren. Auch Wesslingerinnen und Wesslinger erlitten dieses Schicksal. Zwei Frauen wurden aus unserer Stadt am 22.10.1941 nach Riga in das KZ deportiert. Weitere folgten. Auch in die Vernichtungslager nach Auschwitz-Birkenau. So die Kinder der Familie kamen. Ein Auszug aus einem Augenzeugenbericht eines überlebenden Kölner Juden Hans Beermann mitnahmen. Über den Transport nach Riga am 7.12.41 führt uns die Unmenschlichkeit schon des Transportes vor Augen. Die Evakuierung wurde uns drei Wochen vorher durch die Gestapo Köln mitgeteilt. Mit sechs Koffern, drei Rucksäcken, Hand- und Aktentaschen traf meine Familie zum festgesetzten Zeitpunkt im Kölner Messegelände ein. Am 8. Dezember morgens 4 Uhr, nachdem nur noch ein einziger Koffer zur Mitnahme verblieben war, verbrachte uns SS zum Deutzer Bahnhof. Die Fahrt dauerte 80 Stunden und endete in Riga. Unterwegs bekamen wir keinerlei Verpflegung und ein einziges Mal Wasser zum Trinken. Auf dem Güterbahnhof ins Kirotawa wurden wir von lettischer SS mit Peitschen und Eisenstangen aus den Waggons gejagt. An die Mitnahme von Gegenständen war überhaupt nicht mehr zu denken. Dann mussten wir bei 24 Grad Kälte einen qualvollen Fußmarsch zum Rigaer Ghetto antreten. Dieses hatte zwei Tage vor unserem Eintreffen 34.500 Menschen beherbergt. Als wir ankamen, sahen wir nur noch Leichen in Blutlachen sowie ungeheure Verwüstungen in allen Wohnungen. Insgesamt wurden mindestens 21 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Wesseling von den Nazis ermordet. Die jüdische Gemeinde in Wesseling wurde ausgelöscht. Ausbeutung von Fremd- und Zwangsarbeitern und auf ein weiteres unmenschliches Verhalten der Nationalsozialisten sei hingewiesen. Die Ausbeutung von Fremdarbeitern, vor allem aus westeuropäischen Ländern, besonders aber von Zwangsarbeitern aus der damaligen Sowjetunion, vor allem von Ukrainern und Ukrainerinnen, sei hingewiesen. Von diesen Menschen lagern im Wesslinger Stadtarchiv über 10.000 Meldekarten. In Brühl gab es nur 1.340 Fremd- bzw. Zwangsarbeiter. Hinzu kamen die zahlreichen Kriegsgefangenen, die auch in Wesseling frohnen mussten. Von ihnen liegen aber keine Unterlagen im Stadtarchiv vor. Verursacht wurde diese enorme Konzentration von ausländischen Arbeitern einmal durch die schon bestehenden Industriebetriebe, wie die Nordern, die KWE, die Chemische Fabrik und so weiter, sowie die Rhein-Braun. Entscheidend aber wurde der Aufbau der Union Kraftstoff, der UK, heute Shell Rheinland-Süd, in der vom Dezember 1942 bis zum Juli 1944 die Anlagen zur Produktion von kriegswichtigem Dieselöl und Benzin aus Braunkohle auf Hochtouren liefen. Hier arbeiteten ca. 80% der Fremd- bzw. Zwangsarbeiter. Untergebracht waren die Zwangsarbeiter in Lagern. Allein im sogenannten Südlager waren über die Jahre etwa 6.600 Menschen untergebracht. Albert Esser sprach deshalb von Wesseling als einer Stadt der Lager. Vor allem die durch das Tragen des besonderen Kennzeichens Ost stigmatisierten Ostarbeiter aus der Sowjetunion lebten unter unmenschlichen Bedingungen. Diese unwürdige Behandlung entsprach der Nazi-Ideologie, dass diese Menschen rassisch minderwertig seien. Rassismus pur, nicht nur latent. Die meisten der Verschleppten waren jünger als 21 Jahre. Selbst eine 13-Jährige musste frohnen. Schon die Unterbringung in Baracken und die Ernährungssituation waren katastrophal. So mussten zum Beispiel acht bis zwölf Frauen in einem Raum mit, Zitat, Etagen liegen, Matratzen und Kopfkissen aus Gras- oder Holzspänen zusammenleben. Jedes Verlassen des Lagers war untersagt. Strengste Strafen drohten. Aus dem Brief einer Ostarbeiterin erfahren Sie Näheres. So berichtete die bei der Norton beschäftigte Ukrainerin Ivanova S. Zum Frühstück bekamen wir 100 Gramm Brot und etwas zu trinken. Gearbeitet haben wir schwer. Als die Hund näher kamen, haben sie uns aus der Stadt rausgefahren, um Schützengräben auszugraben. Wir waren sehr geschwächt. Viele wurden geschlagen, wie die Arbeit nicht voranging. Arbeiten mussten wir bis spätabends. Dann haben wir noch unsere Suppe und 100 Gramm Brot bekommen. Der Wesselinger Rudolf Heister wusste zu berichten. Zu dieser Zeit hatte angeblich ein anderer Zwangsarbeiter Kontakt zu einer deutschen Frau gesucht. Das war strengstens verboten. Außerdem hatte er sich wohl mit seinem Vorgesetzten angelegt. Er wurde daraufhin von der Gestapo verhaftet. Im Beisein vieler Wesselinger Zwangsarbeiter wurde er in der Kiesgrube Biermann, dort, wo sich heute der Friedhof Hubertusstraße befindet, am hinteren Rand zur Autobahn hin, an einem Weidenbaum aufgehängt. Das Gelände war von der Gestapo abgeriegelt worden. Ich kann mich an den kräftigen, mittelgroßen jungen Mann erinnern. Was mag in meinem Kopf vorgegangen sein, als ich davon erfahren habe? Wesseling und seine Ortsteile im totalen Krieg, seit 1943. Doch kommen wir zurück zum Schicksal der Wesslinger Bevölkerung. Wer gedacht hatte, es könnte nicht noch schlimmer kommen, sollte sich irren. Die vernichtende Niederlage einer ganzen deutschen Armee bei Stalingrad im Winter 1942-43 und der Beschluss der Alliierten im Januar 1943, das Deutsche Reich zur bedingungslosen Kapitulation zu zwingen, bedeuteten die endgültige Wende des Krieges. Die Antwort der Hitler-Regierung war die Ausrufung des totalen Krieges durch den Chefpropagandisten Goebbels in seiner berühmten Rede am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast. Die Mobilisierung aller menschlichen und materiellen Ressourcen in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß war die Folge. Zahlreiche Jugendliche wurden als Flackhelfer, wie zum Beispiel die 16-jährigen Jungen des Brüdergymnasiums, dann auch zum Schanzen, ja zum Schluss sogar als mögliche Kampftruppe eingezogen. Für Wesseling führten die ständig zunehmende Luftangriffe zu großen Schäden mit katastrophalen Folgen. Verheerend war schon der Luftangriff am 3.4. Juli 1943 auf die Germanusstraße und ihre Umgebung. 13 Menschen kamen dabei ums Leben. Noch schlimmer traf es Wesseling durch den Luftangriff vom 21. bis 22. Juni 1944. Der Angriff galt zwar vor allem der UK. Das Werk wurde stark getroffen. Zwar hatten auch die Alliierten bei diesem Angriff Verluste zu beklagen. Deutsche Nachtjäger griffen die Bomberflotte von 136 Lancaster-Maschinen an und schossen 37 von ihnen ab. Doch vor allem die Bewohner der Gemeinde hatten unter dem Angriff zu leiden. Mindestens 21 Wesselinger fielen ihm zum Opfer. In der Schule hatten die Schüler einen Aufsatz über das in der Bombenacht vom 21. bis 22. Juni erlebte zu schreiben. Rudolf Heister stellte uns den damals geschriebenen Aufsatz zur Verfügung. Eine halbe Stunde im Bombenhagel. Schon lange hatten wir mit einem Angriff auf Wesseling gerechnet. Dieser kam in der Nacht vom 21. zum 22. Juni. Als die Sirenen heulten, standen wir auf und schafften Kleider und sonstige Sachen in den Keller. Erst war Voralarm. Gleich danach kam Großalarm. Die Nebelwolken stiegen auf und schnell war alles in Nebel gehüllt. Wir ahnten sehr Schlimmes. Und so kam es auch. Weit fort hörte man schon das Donnern der Geschütze. Immer kam es näher. Das Surren der Maschinen war schon zu hören. Eines der Flugzeuge setzte seine Signale über Wesseling. Das Surren der Maschinen und das Schießen der Flack wurde stärker. Die ersten Bombeneinschläge hörten wir. Es wurde immer toller. Es zischte und krachte in einem Fort. Unsere Angst wuchs von Minute zu Minute. Auf einmal sagte mein Vater, ich sehe oben das Blitzen der Granaten. Überall ist es hell. Es brennt bestimmt. Als wir näher zusahen, war unsere Haustür aus den Angeln gerissen. Es klirrte und rappelte überall von Fensterscheiben und Dachziegeln. Weil die Tür aufstand, schraubte mein Vater schnell die Lampe los, dass das Licht nicht herausfiel. Wir zündeten eine Kerze an. Langsam hörte das Bombenregnen auf. Wir waren noch mal an dem Tod vorbeigegangen. Und da sahen wir die Bescherung. Fenster waren herausgerissen. Türen und Dachfenster waren aus den Angeln gehoben. Die Decken waren gerissen und ein Stück Wand war herausgedrückt. Der Hof war mit Glassplittern und Dachziegeln bedeckt. Auf der Straße hörten wir, dass das ganze Dorf sehr viel abbekommen hatte. Die meisten hatte es in der Braunkohle getroffen. In diesem Luftschutzkeller gab es viele Tote und Verwundete. In dem Bereich Wesseling bis Widdich sollen in dieser Nacht über tausend Bomben geworfen worden sein. Die meisten sind in den Rhein und aufs freie Land gefallen. Heinz Schwerfen saß während des Luftangriffs im Keller der Rhein-Braun. Er schreibt, Da traf eine Luftmine das unterhalb unseres Kellers geankerte Bunkerschiff. Ein ungeheurer Luftdruck riss die Stahlplatten von den Bullaugen unseres Kellers aus ihrer Verankerung und wie gewaltige Geschosse fegten diese Platten nun durch den Luftschutzraum. Was der Sicherheit der im Keller lebenden Menschen dienen sollte, wurde ihnen jetzt zum Verhängnis. Einige Leute wurden von den horizontal fliegenden Platten regelrecht geköpft, andere erschlagen. 13 Menschen fanden in dieser Nacht im Keller der Reederei auf eine schreckliche Weise den Tod. Nur wie durch ein Wunder und durch die liebende Fürsorge meiner Mutter, sie hatte mich kurz vorher zu sich geholt, bin ich selbst verschont geblieben. Schon immer hatten die Wehrmacht und der Krieg dazu gedient, Propaganda zu betreiben. Am Heldengedenktag demonstrierten Soldaten ihre Bereitschaft zum Dienst am Vaterland. Auch in Wesseling marschierten sie auf, wie hier 1941, bereit, ihr Leben zu opfern. Am makabersten aber war die Instrumentalisierung der Bombenopfer für den Krieg. In bombastischen Trauerfeiern gedachten die braunen Machthaber der Toten, die als Heldenopfer gefeiert wurden. Selbst der Tod diente Propagandazwecken. Die Bombenangriffe aber wurden immer heftiger. Vor allem die UK war im Visier der Alliierten Bomben. Am 18. und 19. Juli 1944 warfen die Alliierten tausend, meist 200 Kilogramm schwere Sprengstummbomben auf das Werk ab. Dennoch wurden nur 20 Prozent des Werkes zerstört. Tausende Männer der Organisation tot eilten herbei, um es wieder voll funktionsfähig zu machen. Ein neuer Angriff erfolgte am 15. September 1944. 30 Opfer waren zu beklagen. Alleine 25 Ausländer im Südlager. Trotz allem, schon am 3. Oktober 1944 sollte die Anlage wieder angefahren werden. Doch eine halbe Stunde vorher erfolgte ein neuer Angriff. Am 6. Oktober 1944 verfügte das Rüstungsministerium die Schließung des Werkes und seine Verlagerung. Doch die Alliierten warfen weiter Bomben. Jetzt machten auch Tiefflieger unbehelligt Jagd auf Einzelpersonen. Die Menschen waren schutzlos den alliierten Fliegern ausgeliefert. Die Postzusteller verbrachten die meiste Zeit in den Luftschutzbunkern. Vor allem aber war die Lager der Zwangsarbeiter, die schutzlos den Bombenangriffen ausgesetzt waren, katastrophal. Denn die als Schutz vorgesehenen Splitterschutzgräben boten keine Sicherheit. So fielen 50 Prozent der über 100 umgekommenen ausländischen Arbeitskräfte Bomben zum Opfer. Noch heute finden sich zahlreiche Gräber auf dem Friedhof am Friedensweg. Auch die Ortsteile Wesselings gerieten in das Visier der alliierten Bomber. Der Angriff vom 18. und 19. Juli 1944 führte in Kellenich zum Tod von fünf Menschen. Auch sie wurden vor dem Wesslinger Krankenhaus aufgebahrt und unter großem Pomp beigesetzt. Die anderen Ortsteile hatten geringere Schäden zu beklagen. In allen Ortsteilen wurden aber vor allem aufgrund der Bombenangriffe im Herbst 1944 die Schulen geschlossen. Und die Schuldigen an diesen Katastrophen? Ganz im Sinne der Verdrehung der Tatsachen sprachen die Nazi-Propagandisten von den Alliierten, die die deutsche Bevölkerung auslöschen wollten. Ein Flugblatt erinnerte unmissverständlich an den wahren Schuldigen. Denk bei jeder Bombe dran, diesen Krieg fing Hitler an. Vom Ende des Krieges in Wessling oder vom Gipfel der Verlogenheit der Nazi-Propaganda. Wir schreiben Anfang 1945. Deutschland befindet sich im sechsten Kriegsjahr. Noch faselt die Nazi-Propaganda vom Endsieg. Doch die wirkliche Lage sieht ganz anders aus. An allen Fronten im Westen und Osten rücken die alliierten Truppen vor. Die deutschen Truppen müssen sich überall zurückziehen. Auch die Lage an der sogenannten Heimatfront wird immer katastrophaler. Angst vor Bomben und Hungersnot herrschen überall. Die GAU-Ämter der NSDAP für Volksgesundheit forderten deshalb zum Beispiel auf, das Brot zu strecken durch Ballaststoffe. Die Vitaminversorgung sollte durch Aufbrühen von Kiefer und Fichtennadel jungtrieben. Die Eiweißgrundlage durch den Verzehr von Fröschen und Schnecken verbessert werden. Und so weiter. Die Zahl der Einwohner in Wessling ging dramatisch zurück. Die Menschen flohen aufs Land, um den Bombenangriffen und der Not zu entgehen. Waren es Anfang 1944 noch 12.025 Einwohner, waren es am Ende des Jahres nur noch 4.301. Von Süden, Westen und Norden näherten sich Anfang März 1945 die Amerikaner Wessling und seinen heutigen Ortsteil. Noch aber forderte das Naziorgan, der westdeutsche Beobachter, den Kampf bis aufs Messer zu Ende zu führen. Nur vereinzelt kamen deutsche Soldaten diesem Aufruf nach. Am 4. März 1945 erreicht die 4. Panzerdivision der US-Army die Stadtgrenze Kölns. Am nächsten Tag marschiert sie in Köln ein. Kurz vorher hatten Pioniere der Waffen-SS, wohlgemerkt Deutsche, die Hohenzollernbrücke gesprengt. Am 6. März abends um 17 Uhr stehen die ersten Amerikaner im Dom und drücken dem Domvikar die Hand. Dann geht der Vormarsch auf Wessling weiter. Zunächst hatte der Gauleiter Grohe noch versucht, den Menschen eine, Zitat, Wende des Krieges weiszumachen. Doch am 1. März ordnet er die Räumung der Gemeinden im Landkreis Köln an. Aber nur wenige kommen der Aufforderung nach. Sie zogen sich lieber in die Bunker und Keller zurück, um den Einmarsch der Amerikaner abzuwarten. Berzdorf ist der erste Teil der heutigen Wesslinger Ortsteile, der von den Amerikanern eingenommen wird. Bis zuletzt hart aber hier eine besonders fanatisierte Nazi-Einheit aus. Bevor sie abrückt, erschießt sie einen Leutnant, der sich geweigert hatte, mit seiner Einheit von 80 Leuten Lieblat zurückzuerobern. Er war von der Sinnlosigkeit des Einsatzes überzeugt. Der ehemalige Bürgermeister Alfons Müller, Jahrgang 1931, wusste darüber hinaus zu berichten. Anfang März 1945 rückte die Front immer näher. In diesen Tagen quartierten sich mehrere Feldjäger, wir sagten Kettenhunde, bei uns im Hause ein. Deren Aufgabe war es, fahnenflüchtige deutsche Soldaten aufzuspüren und vor ein Militärgericht zu stellen. Wenige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner wurden zwei junge, etwa 18 Jahre alte Soldaten aufgegriffen. Im Wohnzimmer meiner Oma tagte das deutsche Sondergericht. Ein Militärrichter verurteilte die beiden Fahnenflüchtigen zum sofortigen Tode. Mein Bruder Franz, damals zehn Jahre alt, und ich sind mit Fahrrädern dem Auto der Wehrmacht mit den abgeurteilten Soldaten sowie den bewaffneten Feldjägern nachgefahren. Das Auto fuhr zur Berzdower Kiesgrube dort, wo heute Häuser der Peter-Hähnlein-Straße stehen. Wir durften nicht Augenzeugen sein, hörten jedoch die Schüsse, mit denen die beiden Jungen getötet wurden. Die Feldjäger sind als bald danach abgerückt. Die Leichen wurden noch vor dem Einmarsch der Amerikaner auf dem Berzdower Friedhof bestattet. Am 6. März 1945 schlugen Granaten in den Berzdower Wasserturm ein. Zwei Menschen kamen ums Leben, mehrere wurden schwer verletzt. Einzelne Berzdower gehen den amerikanischen Truppen entgegen. Weiße Betttücher an den Häusern signalisieren die Kapitulation. Für Berzdorf hatte der braune Spuk ein Ende. Auch für Keldedich naht die Befreiung. Noch halten ein Leutnant und sechs Soldaten die Stellung. Dann ziehen sie sich in Richtung Eichholz zurück. Am 6. März dringt ein amerikanischer Panzerspähwagen bis in die Nähe des Marhofs vor. Am Westrand des Dorfes werden weiße Tücher geschwenkt. Auch von Berzdorf aus rücken die Amerikaner vor. Dann trifft eine amerikanische Kompanie ein. In der Schul- und Pützstraße bezieht sie Quartier. Die Bewohner müssen die Häuser räumen. Adele Vorn, Jahrgang 1932 erinnert sich. Mit dem Einmarsch der amerikanischen Kampftruppen am 8. März 1945 gegen 16 Uhr bei uns in Keldedich hieß das für Wesseling, Gott sei Dank, der Krieg ist vorbei. Beim Heiligenhäuschen an der Ecke Schulstraße Sechtemer Straße hatten wir uns aufgestellt, als die amerikanischen Kampftruppen von Berzdorf kommend in Keldedich einfuhren. Die vom Volkssturm aufgestellte Panzersperre war bereits geöffnet. Eine weiße Fahne war darauf gehisst als Zeichen, dass kein Widerstand geleistet werden würde. Auf jeden Fall. Wir fühlten uns nach dem 8. März 1945 befreit. Der Vormarsch der Amerikaner auf Wesseling geht weiter. Auch hier gibt es keinen deutschen Widerstand mehr. Zum Appell des Volkssturms am 2. März auf dem Wesselinger Sportplatz waren nur fünf Personen zur Verteidigung der Heimat erschienen. Als die Front näher rückte, hatten sich die letzten deutschen Soldaten auf die andere Rheinseite zurückgezogen. Auch die Nazi-Bonsen, wie Bürgermeister Pott, Zitat, verzogen sich nächtens auf das rechte Rheinufer, nicht ohne eine Menge hochwertiger Lebensmittel auf einem erst kurz zuvor von der Gemeinde angeschafften Feuerwerk Auto mitgehen zu heißen. Im Rathaus hatten sie zum unseligen Andenken vieles zertrümmert, Schreibmaschinen und andere wertvolle Dinge beschlagnahmt. Die zurückgebliebenen Wesselinger, ca. 2800 Menschen, aber leben von Samstag dem 3. März bis Mittwoch dem 7. März in Angst und Schrecken. Zuflucht suchen sie in den Kellern, aber auch in den großen Bunkern am Gusswerk, am Rathaus, an der UK, am Kirmesplatz, am Sonnenberg und in der Lucia-Straße. Furcht bereiten nicht so sehr die Amerikaner, sondern die fanatisierten Nazis. Am 8. März naht auch für die Wesslinger endgültig die Befreiung. Gleichzeitig machen sich beherzte Bürger auf, um den von Westen aus Kellernich und den von Norden aus Godorf vormarschierenden Amerikanern entgegen zu gehen. Am Westausgang an der Autobahnbrücke hissen zwei Wesslinger weiße Fahnen. Am Nordausgang der Gemeinde signalisieren weitere Wesslinger mit dem späteren Bürgermeister Engels und Pfarrer Röttgen an der Spitze durch das Hissen weißer Fahnen, das sie sich ergeben wollen. An diesem Tag wird die Gemeinde vollständig von Kampftruppen des Challenge Regiments besetzt. Bis zum 19. März 1945 wird Wessling immer noch von der anderen Rheinseite beschossen. Erst dann konnte die Räumung der Häuser an der Rheinseite aufgehoben werden. Anneliese Schöneberger, Jahrgang 1927, erinnerte sich. Donnerstag, 8. März 1945. Immer noch war es ruhig. Wir wagten uns am Nachmittag auf die Straße. Nun sahen wir die ersten Amerikaner. Sie standen an der Kreuzung nahe dem alten Rathaus wie eine Touristengruppe, die sich verlaufen hat. Wir warteten mit einer unbeschreiblichen inneren Spannung, als sich die Soldaten auf leisen Sohlen näherten. Sie begegneten uns mit distanzierter Freundlichkeit. Bei aller Sorge und Ungewissheit wussten wir doch, die tödliche Bedrohung, besonders die des Luftkrieges, war zu Ende. Wir atmeten auf. Auch für Urfeld kam das Ende der Nazi-Herrschaft am 8. März. Doch von der anderen Rheinseite schossen deutsche Einheiten weiter auf das Dorf. Wohl bis zum 18. März 1945 blieben die zum Rhein hingelegenen Häuser evakuiert. Der damalige Pfarrer Nebeling trug in die Fahrchronik ein. Er schreibt von sich in der dritten Person. Die Hauptstraße lag unter Artilleriebeschuss von den Amerikanern, die von Bornheim her näher rückten. Verseegang durch den Pastor zu F.B., der getötet wurde. Um Haaresbreite hätte es den Pastor erwischt. Geschosse flogen und zischten in Kopfhöhe über die Hauptstraße. Auf allen Vieren weiterkriechend bis zur Wohnung des B. Drei Uhr nachmittags wurde unser Dorf von den Amerikanern besetzt. Am 8. März 1945 ist Wesseling befreit. Auch wenn das Kriegsende für das ganze Deutsche Reich erst am 8. Mai nach der Unterzeichnung der Kapitulation in Reims am 7. Mai 1945 kommt. Befreit sind die Menschen von der Furcht vor Bombenangriffen, vor Granateinschlägen, vor Nahkämpfen in den Häusern, aber auch von der Verfolgung wegen Nichtigkeiten sowie den Nachstellungen und Inhaftierungen Andersdenkender. Diese Befreiung bedeutet aber keine Befreiung von der drückenden Gegenwart, von der Not, dem Elend, unter denen die Menschen nach wie vor litten. Und das Fazit? 2340 Mal ertönten Sirenen zum Fliegeralarm. 45 Fliegerangriffe hatte Wesseling zu erleiden und 23.000 Bomben fielen. Von 766 Gebäuden wurden 95 von 1.463 Wohnungen 249 zerstört. Die Germanisstraße wurde zu 85% in Schutt und Asche gelegt. 8.000 Kubikmeter Trümmer waren wegzuräumen. Über 170 Wesslinger kamen durch Bomben um. Mindestens 108 Zwangsarbeiter verloren ihr Leben. Über 300 Soldaten aus Wesseling fielen. Mindestens 21 Juden wurden ermordet. Und die Kriegsopfer insgesamt? In Deutschland kamen 6,3 Millionen Menschen ums Leben, davon 5,2 Millionen Soldaten. So enorm diese Verluste sind, die der Sowjetunion sind noch unfassbarer. Sie hatte 27 Millionen Tote zu beklagen. Und heute? Warum sollen, ja müssen wir uns damit beschäftigen? Eins vorweg. Wer die Fakten zum Krieg, die Not und das Elend der Menschen, häufig die unmenschliche Behandlung leugnen will, ist blind. Die ganz unterschiedlichen Quellen, ob persönliche Berichte, Fotos, ob offizielle Zitate oder Verlautbarungen. Sie können nicht alle lügen. Können wir daraus lernen? Während den Anfängen, muss es heißen. Wir sahen, welche Folgen das Deutschland Deutschland über alles oder Deutsche Deutsche über allen hatte. Wären wir schon dem latent auftretenden Rassismus, wären wir der Überheblichkeit, dass wir besser sind als andere, Zitat, Rassen. Alle Menschen sind gleich. Alle haben das Recht, in Würde zu leben. Wenn wir das beherzigen, geben wir die richtige Antwort auf das Warum. Und dann lohnt es auch, sich mit dem Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.